äh mit dem feuer spielt am besten der zwerg rum eigentlich nicht aber so ist etwas nicht in ordnung noch mehr heilung liegt hier noch was rum nein mit vergnügen dann können wir jetzt erst einmal kundschaften gehen okay bombardier käfer dein befehl weiter ich höre das heißt es geht wahrscheinlich da oben lang weiter ja ich werde tun was ich kann kann ich helfen verschwimmen wie kann ich am besten zu diensten sein wird erledigt okay hau den um ich mache es so schmerzlos wie mir sag was du vor weh kann ich helfen euer hände ist nah okay kann ich helfen äh falscher zauber dein befehl dann halt du dich auch mal selber brauchst du mich bieter ja okay noch ein fläschchen feueröl oh nein natürlich nicht aus meinem inventar raus so ein zuhaar krim ja flammendes öl sag was du gewiss euer ende ist nah okay bombardier käfer die waren böse ich mache so schmerzlos wie möglich ich mache so schmerzlos wie möglich okay nicht so schön gewiss wir suchen unser heilmal in der flucht und schlagen hier draußen bei der kette unser lager auf wie kann ich hell in ordnung gut das hat gereicht ein tot und aus schädel und kleinen knochen sofort ja überhaupt kein problem ich werde tun was ich kann das problem ist die machen verdammt viel schade und verwirren auch noch es soll geschehen nehmen wir wieder hier rein was in ordnung wie kann ich helfen auf in den sieg auf in den sieg zum sieg dieses mal müssen taten sprechen als worte okay und wieder tot weiter kann ich sicher das macht mir nichts aus wie kann ich helfen ich mache so schmerzlos wie möglich wenn ich jetzt gehe dann ne vorwärts kann ich helfen in ordnung das problem ist es kommen gleich immer alle wie kann es soll geschehen ich habe noch keine gescheiten flächen zauber ein ein stecker einverstanden ja das ist gerade ich einfach mit deiner erlaubnis ich wache mir meinen wart in deinem blut okay ich glaube da müssen wir schwerere geschütze auffahren wacht schon kann ich helfen was kann ich helfen wie kann ich helfen vorwärts so brauchst du mich dein befehl was ist los jawohl wie kann ich am besten zu diensten sein wie kann ich am besten zu diensten sein ne ich wollte eigentlich nicht die ganzen bombard käfer auf einmal an was ist etwas nicht in ordnung okay noch mehr buff wie kann ich helfen wie kann ich helfen wie kann ich helfen dein befehl vorwärts auf in den sieg auf es soll geschehen machen wir einen nach dem anderen tot auf in den sieg auf vorwärts mich hat schwer erwischt weiter ich fürchte ich werde es nicht schaffen bereit zu neuen taten kann ich helfen kann ich helfen ja das wird ein heidenspaß vita mortis maria ja es soll geschehen ich werde schwer erwischt es soll geschehen okay okay in ordnung das heißt hier einfach mal wieder rasten ich weiß ist etwas nicht in ordnung eine andere Wahl habe ich gerade nicht wie kann ich helfen sofort ich habe noch eine andere Wahl bereit zu neuen wird erledigt ich mache es so schmerzlos wie möglich ich mache es so schmerzlos wie möglich ich kann sie nämlich ein bisschen gegeneinander einsetzen so kann ich helfen weiter mortis und schluss wenn es sein muss gut das ist genau ja es soll geschehen woran hast du gedacht sagen wir so es war sehr interessant ich tue es geister spinn nach das noch äh nein da wollte ich nicht hin ich wollte das machen mhm hier klingt es so als ob Spinnen aufeinander losgehen würden nein das ist nur die Schwertspille die umallt dort wenn auf wenn auf der Brücke keine Fallen sind dann weiß ich auch nicht ich 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 kriege ein ihr ich irgendwie ich ich und wir 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 Und eine von Silastras, ah ja, wahrscheinlich, weil es ein erstklassiges Schwert ist, ist unwirksam. Wie lange noch bis jemand Level-Up hat eigentlich? Du hast noch eine Weile. Du hast bald eins, was praktisch ist. Ihr habt entweder zeitgleich oder kurz nacheinander. Ja, ihr habt vorher. Du hast als nächstes, dann du, dann ihr beide. Ich höre. Ich tue es. Ja, erst mal die Geister spät. Oh, die Schwertspille, da ist die Schiff. Die sollten wir deswegen ganz schnell ausschalten. Oder best auch die Buffen. Oder wir rufen einfach runter. Oder wir rufen einfach runter. Ja. Ja. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. War das gerade ein Lapps-Zauber? Wir hatten den Lapps-Zauber. Oh. Wie lautet deine Aufgabe? Steller als erwartet. Stufenerhöhung. Keine Punkte, aber ein Zauber des Grades 3. Zusätzliche Trefferpunkte. Äh... Hm. Was hätt' ich denn gerne? Krankheit heilen brauchst du nicht. Magieband brauchen wir wahrscheinlich erstmal auch nicht. Einmal Wunden heilen, bitte. Sag sofort! Was? Wo auch immer du hinwennst. Wie kann ich in Ordnung? Mag ich nicht.